hallo und herzlich willkommen auf epic heute bei uns von phantom leaf der python poncho g2 so Willkommen zurück zur Phantom Leaf Story, heute mit dem Python Poncho G2. In den letzten Teilen haben wir euch ja das Zubehör aus der Python-Serie gezeigt, plus die Assaulter Gillies und das Assaulter Cape. Heute zeigen wir euch den Poncho. Der Poncho ist zwar nicht jetzt unbedingt auf schnell und leicht ausgelegt, das kann er zwar auch, so wie die anderen Teile, aber mit dem Poncho habt ihr einfach noch mal die Möglichkeit mehr stationäre Tarnung zu bringen, denn der Poncho ist da in der Nutzung etwas vielseitiger. Was er genau kann und was er an Features hat, zeigen wir euch jetzt. Die primäre Funktion des Python Ponchos ist die Schnelltarnung. Im Auto oder im Rucksack mitgeführt ermöglicht der Poncho einen schnellen Wechsel von ziviler Kleidung auf Tarnung. Der Poncho ist dabei so gestaltet worden, dass man keine zusätzliche Tarnung für Hände oder Gesicht benötigt. Hierfür sind bereits Teile integriert, doch dazu gleich mehr. Der Poncho verfügt in der G2 Variante über Lochband an der Außenseite, um Vegetation oder künstliche 3D-Tarnelemente wie die Phantom Leaf Leafs zu nutzen. Damit ist der Poncho bereits auf kürzeste Distanz sehr effektiv und von vorne kaum noch auszumachen. Das Platzangebot unter dem Poncho ist dabei so ausgelegt, dass man bequem auch ein 3-Day Assault Pack tragen kann, ohne dass dieser stört. Der Poncho reicht dann immer noch bis über das Gesäß. Für die aufrechte Fortbewegung gerade in dichter bzw. hoher Vegetation lässt sich der Poncho auf die Umgebung anpassen. Dazu habt ihr auf der Vorderseite die Möglichkeit, ein Stück des Ponchos hochzuknöpfen, um die Beine frei zu haben. Hierbei wird das vordere Teil nach innen geknüpft, um nicht die 3D-Tarnstruktur zu beeinträchtigen. Nutzt ihr den Poncho in voller Länge, tarnt er bis knapp über den Kniebereich. Die Knöpfe sind wie bei den anderen Teilen der Python-Serie auch mit Stoff eingefasst. Der Python Poncho G2 in seiner vollen Länge. Ihr bekommt den Poncho aktuell in der G1-Variante ohne Lochband in WASP2, Z3B und Z4 sowie in G2, in Z3A und Z2. Wie auch bei regulären Ponchos lassen sich die Seiten zu Armen knöpfen. Hierbei ist ein Knopf auf der Hälfte der Länge vorgesehen. Gut zu sehen ist hier auch der Wellenschnitt an den Rändern des Ponchos. Dadurch werden gerade Linien vermieden, die besser zu lokalisieren sind. Für die Hände benötigt ihr keine zusätzlichen Stulpen. Diese sind bereits integriert und sind vom Aufbau her fast identisch mit den Python Gauntlets. Die Handabdeckungen werden mit einem elastischen Band am Mittelfinger fixiert. Die dafür vorgesehene Lasche ermöglicht eine problemlose Bedienung mit der bloßen Hand oder mit dem Handschuh. Bei Bedarf könnt ihr die Hände auch komplett frei machen, da ein Zugband am Handgelenk die Abdeckung fixiert. Durch die fäustlingartige Oberfläche fallen Fingerbewegungen unterhalb so gut wie gar nicht auf. Hier seht ihr nochmal die Fixierung am Handgelenk, die sich einhändig festziehen lässt. Der Kordelstopper ist dabei wieder gut unter Stoff verborgen. Zum Anlegen und als Durchgriff stehen euch an der Front drei Knöpfe zur Verfügung. Damit kann der Poncho fast bis zum Bauch offen getragen werden. Die Knöpfe sind unter einer Flappe verborgen und lassen sich gut auch mit Handschuhen bedienen. Für den Kopf habt ihr eine große Kapuze, die fest mit dem Poncho integriert ist. Der vordere Rand ist mit einem Draht versehen, damit das Sichtfeld individuell eingestellt werden kann, um die Form hält. Auf der Rückseite ist ein Kordelstopper vorhanden, mit dem ihr die Weite der Kapuze einstellen könnt. Greift ihr innen in den Nacken, könnt ihr ein Tarnnetz hervorziehen, das euch eine schnelle Tarnung des Gesichts ermöglicht. Verwendet wird das neue Python Mesh Material, das hervorragend tarnt, aber auch noch genügend Sicht darunter zulässt. Die überschüssige Länge könnt ihr bei normaler Nutzung einfach vorne in den Kragen stopfen. Achtet dabei darauf, dass das Netz nicht zu straff vor dem Gesicht sitzt. Die Kapuze bietet euch ausreichend Platz, um auch einen Gefechtshelm mit Gehörschutz darunter tragen zu lassen. Setzt ihr auch noch Licht auf dem Helm ein, kommt die Kapuze bis knapp oberhalb der Stirn. Den Rest könnt ihr dann mit dem Tarnnetz verdecken. Bei Nichtverwendung des Tarnnetzes kann dieses im Nackenbereich verstaut werden. Hierfür ist eine Schlaufe vorgesehen, die das Netz fixiert. Das Tarnnetz kann übrigens nicht nur zur Gesichtstarnung verwendet werden. Durch die extra lange Ausführung inklusive Fixierung am unteren Ende kann damit auch ein Tunnel geschaffen werden, um Ausrüstung wie Kameras, Spektive oder Ziehfernrohre abzutarnen. Bei Einsatz der Kamera wird einfach das Netz über die Kamera gelegt und die Fixierung vorne am Objektiv vorgenommen. Der Wellenschnitt und das Tarnmuster ermöglichen somit eine schnelle Tarnung von Ausrüstung ohne diese vorab abzutarnen. Nutzt ihr den Poncho als Tarnüberwurf ohne die Kapuze, könnt ihr die Kamera durch das Kapuzenloch stecken und die Kamera komplett frei bedienen. Eine weitere Möglichkeit ist die Knöpfe unterhalb der Kapuze zu nutzen. Hierbei kann ich dann komplett die Kamera vorbereiten und bedienen und dann entsprechend auch den Gesichtsschleier über das Objektiv legen und durch das Loch arbeiten. Damit hat man eine schnelle Möglichkeit an der Kamera zu hantieren ohne dass dies groß auffällt. Auf die eigene Tarnung könnt ihr verzichten wenn ihr den Poncho als Tarp aufspannt. Hier wird das Objektiv der Kamera wieder durch das Kapuzenloch gesteckt und mit dem Gesichtsschleier abgetarnt. Dadurch entsteht ein perfekter Beobachtungsposten in dem ihr euch frei bewegen und hantieren könnt. Natürlich kann auch der Scharfschütze mit dem Poncho arbeiten. Hierbei wird das gleiche Prinzip wie bei der Kamera angewandt. Ihr fixiert das Tarnnetz mit der Optik und schafft so einen Tunnel durch den ihr ohne Beeinträchtigung sehen könnt. Noch besser kann man es natürlich lösen indem der Lauf mit abgetarnt wird. Hier auf einer Entfernung von 60 Meter seht ihr nichts. Das wird auch nicht besser wenn wir ranzoomen außer natürlich man enttarnt sich indem man zeigt wo man sich positioniert hat. Möglich wird dies nur wenn ihr den Poncho so nutzt, dass eine Ecke über den Lauf bzw. den Mündungsfeuerdämpfer gestülpt wird und ihr dann wieder unterhalb des Ponchos arbeitet und das Zielfernrohr abtarnt. Hat man mehrere Ponchos zur Verfügung können diese zusammen geknüpft werden um so ein großes Tarnnetz zu bauen. Hierbei sind pro Seite drei Knöpfe vorhanden die natürlich einen Spalt dazwischen schaffen. Diesen Spalt kann man aber auch komplett eliminieren indem man das Lochband am Rand nutzt um mit Paracord oder Schockcord beide Ponchos zusammen zu schnüren. Der Poncho ist natürlich auch als Tab nutzbar. Hierbei dient er aber nur zur Tarnung da das Material nicht wasserdicht ist. Ein Poncho ermöglicht schon eine relativ gute Tarnung für diese Anwendung nutzt man aber besser mehrere Ponchos. Ein wichtiges Feature bei Tarnung ist natürlich auch die Tarnwirkung in der Dunkelheit wenn die Gegenseite ein Nachtsichtgerät besitzt. Zuerst seht ihr ein paar Aufnahmen ohne Infrarotstrahler. Hervorzuheben ist hier, dass die Entfernung zum Beobachter gerade mal fünf Meter beträgt, also deutlich näher als die reguläre Krampfentfernung von 20 bis 80 Metern. Die Tarnwirkung ist absolut überzeugend wie wir finden. Achtet immer darauf was ihr an Geräten bei euch habt. Hier seht ihr das Blinken der Face ID Funktion eines iPhones in der Hosentasche. Da hilft euch leider die beste Tarnung nichts als am besten daheim lassen. Ähnlich verhält es sich mit dem Infrarotstrahler. Das Material reflektiert die Infrarotstrahlen nicht mehr als die Umgebung. Somit ist auch hier eine volle Tarnwirkung gegeben. Wenn wir schon mal nachts unterwegs sind zeigen wir euch auch die Tarnwirkung bei Einsatz einer Taschenlampe. Nutzt man die Tiefe des Raumes und sitzt nicht so exponiert wie wir hier ist man auch bei direkter Anstrahlung so gut wie nicht auszumachen. Bei indirektem Licht und in der Bewegung seht ihr noch einmal wie gut Phantom Leaf Wasp 2 das menschliche Auge täuscht. Das war es mit dem Phantom Leaf Python Poncho G2. Egal wie ihr verschmelzen wollt, Phantom Leaf gibt euch da entsprechend die Mittel mit. Egal ob das jetzt das Cape ist, der Poncho oder der Assault Agile mit dem ganzen Zubehör. Seid ihr auf jeden Fall immer gut ausgestattet. Wie findet ihr den neuen Poncho? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer Lack, Liken, Abo und die Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye bye. Bis dann.